Hallo, herzlich willkommen zurück zu Let's Play Minecraft, Sky Fight und Holter ist immer noch dabei und der möchte ich nicht hallo sagen doch, hallo, ich darf immer noch nicht drauf ja, er ist im Channel, er ist letzte Folge gestorben guckt es euch an, war super lustig, super spannend ich kann ihn fast noch retten, also, das war Adrenalin-Kur ich war ganz knapp, der wollte gerade noch einen Block mit mir setzen er bin schon runtergefallen, obwohl er bei sich daheim war nicht in der Hölle ja, das, du kennst doch meinen telepathischen Masterfähigkeiten wo bin ich? du bist in der Hölle, Holter ja, du bist in der Hölle, definitiv aber ich verstehe das kann man in der Steuerung das ist schön für dich ich und ich mache mich endlich an mein Haus, damit der Supri die nicht mehr, be'd effectiveness und PBM dass er sich der Beort Stauß ja der ist immer heard was mich wundert, wenn wenn ich wenn ich Blöcke auf dem Stein setzt hat er da er hat der Steinblöcke und ich hab da wurden selbst dann ist es bei mir ein bisschen angehoben ist das nicht schlimm das Feld weißt du dass du Wurzungslärmst und dort werden kann ich nicht also zwei das war jetzt nicht mal ein Problem aber das war ein Plan den ich jetzt hatte damit es schöner aussieht Verschuldigung du hast mir geholfen du Arsch hast mir geholfen die aus aus dem Channel los verpiss dich es wird wieder nach das heißt ich werde ich ich werde jetzt soll das Bett missbrauchen das ist lustig ist du bist nicht offen ich bin gleich gut du bist nicht auf dem Server um zu protestieren ich würde mich damit protestieren ist doch nicht scheiße geilo haust du Stein supri die hinterlässt überall was ich wette das sind irgendwann mal überall nur noch äh hier da ist überall ein Kommentar vom Supri bei den Häusern äh so da mach ich mich jetzt wieder ans Haus und dann muss ich mal zusehen dass ich dass ich Holzkohle mache damit ich da ausleuchten kann ausleuchten kann mit dem Schwenker Alter das war knapp oh mein Haus wird so wunderbar holzaufwendig ne das wird das wird so der Horror ich muss hier auch irgendwo mein Geländer hinsetzen ich möchte nicht jedes Mal wenn ich zu meinem Hauslauf sterben ich habe einen Fehler gemacht ich habe einen Fehler im Haus gemacht Fehler in der Matrix sagen wir jetzt mal so was das wird schon nicht so schlimm aussehen hoffentlich dann würde ich da noch oh 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 okay weil hier kommt ja dann ja hier muss ja dann die Tür hin nene 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 weil ich muss da ja darum muss ich abwauen da kommt dann Rohholz hin immer schön Holz verbrauchen ich muss sagen guck dir mein Haus das ist richtig so ein Käfig ey dein Haus dein Haus ist so zur Gefängniszelle bald wie immer da müssen Leute hin die sich beim PvP wenn nicht brav verhalten also ich ich komme nämlich immer mit Tierschwiltern an ja weil du noch im GameStop bist genau nur zum Verständnis als wir hier drauf gejoint sind vorhin war ja noch kurz im GameStop hat sich ein Diamant weggecheatet und hat damit ein Skelett gekillt ja dafür wird heute jetzt gebann eine Hexe oder eine Hexe dafür wirst du jetzt gebann du hast den Diamant weggecheatet so dann packe ich jetzt überall die Wände hin die werden sowieso noch ausgetauscht aber jetzt das erste sollte es ja so reichen ich weiß nicht das ist schon mal gut ne das ist nicht in der Aufnahme ok ne da hat ich grad eine Simantzeige und probiert und habe jetzt geönt habe mich jetzt gefragt ob das jetzt in der Aufnahme ist oder nicht ich sehe sie sich nicht Alter Alter so so durch es gibt so und setzt sich da treppen die hat dieses KKK so ist richtig ich will mit meiner Maus mit dem Controller spielen man hört den Controller echt? ja so hier haben wir das ganze Holz recyceln natürlich hab ich jetzt hier ein Wotentor oh die sieht schön so ich habe mich am liebsten in Game Out ich sollte es einfach nehmen, das mache ich jetzt in die Panker ja das ist logisch so Topic hier rein und zack wofür wir können ankündigen, wir machen bald ein Trollequip ja, das machen wir weil... ja das schaffst du schon wir machen das weil TechEd hat uns sehr viel Spaß gemacht und wir haben hier aufgehört weil die anderen so getrollt haben und dann haben wir ein Projekt von uns alleine und klar funktioniert alles sicher geht im Witz oh Gott keine Folge ohne Bild sag ich nur das Bild wird in jeder Folge drin sein ich hab immer wenn ich ich hab bei Pokémon immer wenn ich röpse so ein Bild von den Zinsen eingeblendet jetzt möchte ich hier dieses ein Stück Ungar verlieren damit ich die Melone essen kann ich kenne mich dazu ich kenne mich dazu Yes, okay so das sieht echt nicht schön aus aber egal muss ich jetzt hinnehmen muss ich jetzt einfach hinnehmen so den Schlepp Scheiß auf verlieg ich halt ein bisschen grobe n m 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 pā pop da mach ich mir gleich nochmal ne neue Axt so zack so und noch ne neue Axt dann baue ich hier das ab ich werde mich jetzt glaub ich! nächstes Mal folgen wirklich größtenteils nur auf meinen Haus konzentrieren. Ich werde auch gleich zusehen, dass ich mir mal eine Truhe zulege, weil zum Beispiel hier die 14 Erde, wenn die verloren gehen, die bekomme ich halt nicht wieder. Und das ist dann ein Problem. Und deswegen werde ich mir gleich mal eine private Kiste zulegen. Also ich mache es einfach perfekt. Ich mache mir einfach sofort die Kiste. Weil ich sie brauche und es ist nur eine reine Scherz und es interessiert mich nicht. Und hier jetzt natürlich alles abbauen und nachpflanzen. Etwas, was die anderen eh nicht machen. Doch, ich zum Beispiel. Ja, aber die meisten pflanzen diese verdammten Bäume einfach nicht nach. Also ich denke mal bei dem Projekt hier jetzt schon, aber ich spiele mit denen ja auch öfters Privat-Minecraft und bei so normalen Sachen. Da, die machen es einfach nicht. Da kommt Öko Edwin. Da kommt Öko Edwin. Ja, den haben sie damals aber gekillt, als sie mein Haus abgefackelt haben. War das nicht komplett aus Beuren? Nein, das war einfach wunderschönes Holzhaus. Und die haben es kaputt gemacht. Ich muss mal, einer hat kaputt gemacht. Ich nenne jetzt keine Namen. Da haben wir jetzt gedacht, dass der Huster kommt. So, und ich werde jetzt hier schön die Fackeln ansetzen an mein Haus. Da. Und dann noch ein Da. Und dann noch ein Da. 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 Sag mal, du bist gerade eben nicht ernsthaft dreimal verreckt, oder? Doch, dreimal kann man ab. Das ist, wow. Das ist eine Kunst. Weißt du, wann das so gut geht, dass ich so schnell verreckt? Mhm. Ich hab die Pan schon auf dich gerichtet. Da muss ich jetzt konzentrieren. Da. Ich stehe hier. Täts jetzt freiglich. Zäune und mich schlicht. Oh, ich bin auf der alten Seite. Körtlich, okay, okay, okay. Das kann nichts. Das kann nichts passieren. Ich mach' hier die Fall drauf. Ich mein' ich bin auf der falschen Seite. Zwingt wohl schnell. Ja, heute lebst im falschen Bereich. Du kommst von der App zur Tür. du bist der hessler von uns der halbhesser man kommt von der hessler wenn man schwul ist du bist der hessler von daher halbhesser mensch okay die folge endet in 3 minuten wenn ich das sagen ich hoffe mal dass es genügend ausgeleuchtet ansonsten wir übertreiben es einfach mal ein bisschen mit dem Ausleuchten so und so und dann und dann wird jetzt die das kommt da rein sowas da kann rein im geht das kostet da nein wir müssen das Nein, das und das. Man hört meine Zeit der Tue ab. Warum baue ich das ab? Warst du immer noch die Mechanische? Ich hole mir die Volt, hoffentlich. Ich muss auf meine Verwandtschaft hoffen, dass ich zu Weihnachten zwei Spiele bekomme, weil ich möchte nicht mal ein Spiel für meine Video haben. Ich stehe hier ganz einfach nur und verstaubt. Ja, seit meinem Geburtstag und ich stehe hier die ganze Zeit nur und verstaubt. Ich möchte jetzt endlich mal Spiele dafür haben. Und das kommt ja jetzt. Im Dezember kommt dann Super Smash Brothers raus. Das ist jetzt schon das neue. Und da freue ich mich schon extrem drauf. Ich bin jetzt wieder bei Montez. Ich habe wieder einen Kameraden gefunden. Yay! Ich muss die Folge beenden, denke ich gleich. Aber ja, solange hier kein Baum wächst, kann ich dann noch nichts machen, weil ich werde da dran. Hier werde ich jetzt noch so eine Reihe Holz setzen. Rohholz. Also da oben drüber. Und dann werde ich da einfach nur noch mit Treppen hochbauen. Weil, ähm, ich halt nicht, joa, ich das halt, ich möchte halt keinen so einen großen Haus haben. Ich zeige hier mal kurz, wie das am Ende aussehen soll. Hier, das soll ungefähr so aussehen. Ich habe es hier halt jetzt mit Birchwood gemacht. Und hier, so sollte eigentlich der Eingang aussehen. Den habe ich aber leicht verkackt. Den werde ich höchstwahrscheinlich dann nochmal anders bauen. Aber, ne, 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 ne. Also dann, wir sehen uns beim nächsten Mal. Beim nächsten Mal dann vielleicht mit jemand anderem oder alleine. Mal sehen. Auf Wiedersehen und tschüss. Sagst du ja nicht tschüss? Tschüss.